Hallo und willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal, ich spiele Survival Games auf KOMMA HD und es ist ein Video der Survival Games Woche, das wisst ihr, das habt ihr am Titel erkannt, denn ihr seid ja gar nicht so dumm und deswegen ist es gar kein Problem für euch einen Satz im Thumbnail zu lesen, meine Güte, meine Güte, ja, auf jeden Fall geschmeidig, wieder gibt es Buchstaben in diesem Video, welchen ihr suchen solltet, wenn ihr was tolles gewinnen wollt und ja, genau, in dem Video werde ich auch nochmal ganz genau auf die Regeln eingehen, beziehungsweise nochmal die Regeln anschneiden, weil da gab es ein, bei ein paar Leuten noch so ein paar Fragen, ja, und damit die wirklich aus der Welt geschaffen sind, werde ich die versuchen zu beantworten, meine Freunde, okay, nice, einfach verfolgt, er hat uns nicht gesehen und dann ist das natürlich ein Easy Kill, aber irgendwo ist hier noch ein Steinschwert, so, da haben wir es doch schon, gut, gut, alles, alles fresh bei mir, ne? Läuft die Runde, so, ähm, ja, in der Survivalumswoche geht es darum, dass ihr in jedem Video der Woche, also von Montag bis wahrscheinlich natürlich Sonntag, jeden Buchstaben findet, wenn ihr das geschafft habt, wird im letzten, nein, also nicht nur wenn ihr es geschafft habt, es wird im letzten Video ein Link in der Beschreibung stehen, wo ihr das Lösungswort quasi abgeben könnt, oder halt, äh, den Lösungscode, je nachdem, ähm, muss nicht unbedingt ein Wort sein, wo ihr den einfach eingebt und jeder, der ihn richtig hat und sich nur ein einziges Mal eingetragen hat, also ihr müsst euren Minecraft-Namen angeben und euren, äh, und euer Lösungswort und jeder, der sich nur einmal eingetragen hat und das richtige Lösungswort hatte, hat die Chance, einmal GOMA HD Premium zu gewinnen, also ein Monat GOMA HD Premium und, ähm, ja, genau, das halt nur, wenn ihr das richtige Lösungswort und wie gesagt einmal euch eingetragen habt. Ihr könntet euch häufiger eintragen, das weiß ich, aber ich kann ja auch sehen, wie häufig ihr euch eingetragen habt und, ähm, damit sich dann nicht so ein paar Helden die innovative Idee erhöht, wenn ich mich 8000 Mal eintrage, dann ist meine Gewinnwahrscheinlichkeit ja höher, ähm, klappt nicht, meine Freunde, klappt nicht, ähm, so, 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 zack, zack, packen wir das schon mal ein bisschen weg hier, genau, und, ähm, letztlich könnt ihr, wie gesagt, dann GOMA HD Premium gewinnen und, ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganze Zeit da angelegen hat, oh, der hat aber gute Sachen, dieser Tilks, der hat echt geile Sachen, ich versuche mich da ihm zu nähern, ohne, dass er es merkt, ah, jetzt hat er es, jetzt hat er es aber schon gemerkt, hi, D, ja, ähm, ich bin immer wieder weg, ich bin immer wieder weg, meine Freunde, okay, er verfolgt mich, das ist nicht so geil, aber auch hier irgendwo verständlich, zwei Eisen, haben wir einen Stick, nee, haben wir noch nicht, jetzt schwimmen wir mal hier hoch, was sagt denn das hier oben, finden wir hier noch was, oh, ja, aber nichts, was wir brauchen, oh, ich habe so Rückenschmerzen, Leute, das ist echt nicht mehr feierlich, okay, oh, fuck, das gibt es doch nicht, wir stehen einfach beide an der Aktion, ach, nee, oh, Mann, TGG auf jeden Fall, wir gehen einfach direkt in die nächste Runde, scheiße, na gut, gehen wir nochmal in der Steamshire Islands, ähm, ja, genau, auf jeden Fall, ähm, ja, hoffe ich, dass ihr jetzt verstanden habt, um was es hier geht, bedeutet, ihr müsst also aus jedem, jedes Video dieser Woche gucken, und könnt dann, ähm, ja, letztlich gewinnen, ähm, und, irgendjemand will was von mir, dieser, Luko YouTube, will was von mir, ich, nee, das ist auch nicht, okay, ja, ja, äh, dann musst du mir eine Freundschaftsanfrage senden, ich, ich dir, Kollege, Kollege, ich weiß nicht, was du von mir willst, okay, also eigentlich weiß ich schon, was du von mir willst, immer, äh, naja, gut, ne, andere Angelegenheit, ähm, gehen wir mal da hoch, oh, der läuft hinter uns her, das ist nicht so geschmeidig, ach, scheiß Dreck hier, oh, Alter, nein, okay, der folhaut uns mal schon mal ganz geschmeidig, okay, jetzt kommen wir überhaupt nicht unsere Route da rennen, weil der Typ uns echt, ein bisschen, ein bisschen gestört hat an der ganzen Geschichte, aber wir machen da uns jetzt mal nicht ins Hemd, deswegen, sondern gewinnen die Runde auf anderen Wege, ähm, aber Facecam kriegt man ab, ja gut, Facecam ist gerade bei mir abgestürzt, ich versuche sie gleich zu starten, nochmal, so, jetzt, jetzt läuft sie wieder hoffentlich, so, 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 gut, äh, hier außen rum, und dann gucken wir mal, dass wir hier oben noch so ein paar Thronen finden, jetzt steht die Facecam ein bisschen, das ist natürlich doof, alles, ist alles, ist alles doof, hier, ist alles doof, ähm, aber das ärgert mich, dass wir die letzte Runde verkackt haben, in so einer dummen Situation, wo wir dann letztlich beide verreckt sind, das wäre echt unnötig, ich finde, der hätte mich am Leben lassen sollen, und hätte sich ausloggen können, Spaß natürlich nur, ähm, auch wenn es natürlich nett gewesen wäre, so, ähm, da oben haben wir noch eine Tour, Leute, haben die Team, die Team, Team, ist das jetzt deren Ernst? Alter, in Teams verboten zu Team, was ist denn los mit den Typen? Teams verboten, ihr Helden, Alter, was ist denn los mit denen? Alter, was ist los mit den beiden gewesen, ey, Leute, solche verstehe ich ja mal gar nicht, da steht nun echt dickfett im Chat, Teams verboten, und was machen sie? Sie teamen einfach, aber okay, gut, jedem das seine, meine Freunde, jedem das seine, da kommt der nächste Fagott, ach, so ein Shit, okay, der müsste aber auch gleich Death sein, oh, nice, okay, ganz wichtig, ganz wichtig, dass wir den bekommen haben, na gut, was heißt ganz wichtig, hätten wir ihn nicht bekommen, wären wir halt tot, so, so, jetzt haben wir sie auf jeden Fall beide, drei Leute gekillt, in der Runde läuft bei uns, würde ich sagen, ne, so, was hat da jemand noch geschrieben? Nicht mal das Team, was können wir Teams, jawohl, ja, stimmt schon, ist, bisschen peinlich, meine Freunde, da kommt direkt der nächste Fagott an, der auf Schnauze kassieren will, oh, der hat ein Diaschwert, und er hatte ein halbes Fick Herz, das gibt's doch nicht, Mann, wie ärgerlich ist das denn bitte, ach, scheiße, oh, das ärgert mich jetzt richtig, richtig, ah, Mann, Alter, fuck, Mann, okay, gut, war trotzdem, glaube ich, eine relativ teite Runde, ich würde mich sehr und positiv werte freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr den Buchstaben gefunden habt, dann freut euch auf jeden Fall, und, ja, dann war's das von dem Video, wir sehen uns im nächsten Video, haut rein, Leute, und tschüss, und tschüss.